Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Challenge und zwar heute mit der Real-Life-Challenge. Das heißt, wir probieren uns so zu verhalten, als wäre es da selber real und versuchen das Ganze möglichst realistisch zu machen. So, das Pferd haben wir schon realistisch gesattelt hier stehen. Ne, haben wir eigentlich nicht realistisch gesattelt. Okay, dann machen wir es einfach so. Wir sagen einfach, das Pferd ist schon gesattelt, sondern... Ja, wir holen uns jetzt mal ganz realistisch unser Futter. Lange ist es so, Entschuldigung, bitte, ich hätte gerne eine Beobachtung nehmen. Oder nein, ich nehme lieber eine Banane. So, bitteschön, einmal, ja, noch mehr müssen wir eine Geste machen für bezahlen. So, bitte, so, Dankeschön und dann gehen wir jetzt. Außerdem... Boah, das wird voll anstrengend mit dem Füttern. Wir dürfen auch keine Pferde oder sowas rammen, das ist ja auch völlig unrealistisch. Also, ähm... Die haben jetzt gerade eine Banane gekauft. Nimm die Banane nicht. Wer hätte gedacht, mein Pferd hat eine Obstallergie. Okay, dann, ähm... Jetzt gehen wir realistisch Wasser holen. Hä? Denn man weiß es ja, kleine Mädchen haben realistischerweise keinen Eimer mit total vielen Aufladungen dabei. Hä? 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 Wasser ist so schwer. Ja. Ich mach das jetzt realistisch. Hä? 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 So. Oh Gott. den ganzen einmal wasser alleine getragen dann der hof kratzzeug ist in der kammer davor wir holen uns jetzt einfach das würde war ja darf ich bitte deinen kratzer haben ich nehme auch deine listkabel dafür lieber mal wie anstrengend ist das pferd zu versorgen einmal hufe auskratzen okay sagen wir einfach maja hat auch die bürste wir müssen immer um dieses pferd hier oben reiten laufen hier mal hier hast du deine ein huf kratzer wieder und dankeschön für die bürste vorsichtig in die mäusefalle treten pferde verpflegen kann sehr sehr anstrengend sein wie ihr seht dann führen wir es erst mal nach draußen wie lange jetzt gebraucht aber nur bisschen nach draußen zu kommen einmal aufsteigen vorsicht immer schön auf dem weg bleiben ein bob kehrt umreiten loretta hat mir fast loretta gerammt natürlich reiten für dich loretta aber ganz realistisch das heißt wir nehmen keine abkürzungen wir reiten immer schön auf dem weg immer auf dem weg bleiben stelle ich mir bei manchen strecken recht schwierig vor bei denen jetzt noch völlig in ordnung also gott wie umständlich dass hier ja okay hier müssten wir können wir nicht nicht mehr auf dem weg bleiben haben wir bleiben zumindest so wie das ganze gedacht war boah macht es die strecke teilweise schwierig so alleine hier schon überhaupt nicht lang gebraucht loretta gehen wir jetzt ganz realistisch zu retter vielen lieben dank ich habe sehr gerne getestet das heißt wir müssen jetzt erstmal warten realistisch nein charlotte ist unrealistisch durch unseren hintergeritten laufen genau ich muss jetzt warten bis sie nämlich dran ist erstmal oh nein sie stehen geblieben das heißt wir gucken jetzt ob es ihr gut geht die arme kann ja sonst was passiert sein ich glaube ich glaube sie ist schwer gestürzt sie halten den sicherheitsabstand ein das wurde uns natürlich so beigebracht was macht sie denn es war ja alles in ordnung sie hat abgekürzt ganz vorsichtig nicht zu nah drauf das ging ja gerade noch mal gut so ja charlotte ist eben durch uns durch gelaufen nein nicht durch uns durchlaufen geh weg charlotte charlotte wird unsere challenge torpedieren hör auf charlotte dann laufen wir jetzt noch mal ein bisschen hier weiter nach einem anstrengenden austritt im moorland gehen wir erst einmal unsere hufeisen kontrollieren hier konrad schau mal das ist alles völlig verdreckt außerdem hast du hier einen busch wachsen du könntest echt mal hier ein bisschen naja vielleicht unkraut zupfen aber kannst du mal bitte schauen ob bei meinem pferd auch alles in ordnung ist ein bisschen so die hufeisen richten wir bewegen uns dann schön geschmeidig langsam zurück müssen wir auch vorsichtig sein dass unser pferd hier auf dem schwierigen steinboden keine probleme bekommt ja wir bräuchten noch solche sattelkammern oder sowas hier immer schön auf dem weg bleiben hier im monat ist das noch verhältnismäßig einfach sich so an alles zu halten ich glaube das ist in manchen anderen bereichen deutlich schwerer verdammt ich bin viel zu weit reingelaufen ganz vorsichtig unser pferd entspannt rein so machst du das gut das war eine kleine runde real life challenge im moorland ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben wie euch das ganze gefallen hat ob ihr das in einem anderen gebiet sehen wollt vielleicht auch in welchem so um dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ciao ciao und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ciao ciao Vielen Dank.